Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Donkey Kong Country 2, Diddy's Conquest mit Flash. Mit Centos, der langsam besser wird. Und es sich auch einhält, das wolltest du sagen. Ja. Ähm, ich sehe, ich speichere jetzt schon wieder komisch die Datei. Nicht so wie ich das eingegeben habe, aber naja. Inwiefern denn komisch? Ja, mit Zeitdatum, aber nicht wie das heißt. Okay. Vielleicht ist das auch einfach nur zu lang. Kann auch sein. Also ich kann ja spoilern, dass ich dies schon mal gespielt habe, ne? Ist ja kein Problem, das weißt du ja. Ja, das weiß ich. Das ist eins mit meinen Dieflingsleveln. Und eins der beschissensten. Ich hab das bei Funk gesehen. Von mir aus kannst du auch erstmal runterspringen. Ne. Kein Fall, das will ich hoffentlich mit einem Durchzug machen. Wie oft bist du gestorben? Ehrlich? Hier gar nicht. Ne. Schade. Erstmal Banane fressen. Einmal. Boah, hat grad voll geleckt. Na Bienchen. Na fetter Mann. Er ist voll blau angelaufen, der Arme. Ja. Das würde jetzt nur dieser Wambi bei dem Spiel. Das ist geil. Na komm. Wambi hat nur den Vortrag, dass man alles wegknocken kann. Ja, klar. Mach dir nur's fertig. Danke. Ja, ich mein' die ganzen Tierchen, aber ist Hammer. Melodie, super. Nein. Ich hab' ne Mücke. Ich hab' ne Mücke. Nein, aua. Au, beim Gesicht. Die hat schon angepustet. Das ist verschwinden. Oh. Ah, widerlich. Au, auf. Ich will mich konzentriert an spielen. Nein. Und jetzt musst du abstürzen. Ne. Das würde ich schön finden. Ah, ich hab' ja immer Zeit noch unten. Och Mann ey, schade. Schade, 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 Schokolade. Nein, sie kommen noch nicht. Ne. Hallo Mann. Der blau angelaufen ist. Es ist ja gut. Man kann nicht runter, man kann, wenn man die Taste gedrückt hat, nicht runterlaufen. Welche Taste? Zum Schnelllaufen, dann fällt man nicht runter. Okay. Dann hängst du. Wenn ich sie los, ah ne, auch wenn ich sie loslasse, okay. Aha. Man klebt da sozusagen fest. Ach, nicht hast du das auch so geschafft. Nein, ich hab noch kein Save. Hast du schon mal ein Save rum gesehen? Nö. So, oh nein, da ist er. Was ist das denn? Naja, das wird diesen Dragon Drop Jump. Den du von hier aus machen kannst. Okay. Aber den mach ich nicht. Ah, Sache, wir spielen ja keine 102%. Nö, nö. Ach ja. Wenn ja, dann müsst ihr alles wieder... Nein, jetzt frisst du wieder eine Banane eben. Oh, ich trink dir ein. Jetzt soll ich. Mh. Nee, trink dir einen Bananensaft oder so. Ja, oder so. D&D. Na, 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 na. Ey, das ist live, ist live. Tja, war ja wohl nix, ne? Gerade. Hehehe. 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 Das ist doch Schadenfreude immer, ne? Ja. Hehehehe. 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 Hallo, Abgrund. Dym, dym. Na? Dym, 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 dym. So. Hehehe. Hehehehe. Dym, 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 dym. Dym, 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 dym. Ah, tu mir nix, tu mir nix, danke. Ach, schade. Oh, die, die dahinter chillt. Ja, ja, ja. Das immer weiterläufen, meinst du? Hm. Original laufe ich eigentlich weiter. Ja. Ja. Oh nein. Oh doch. Nein, ich... Das war zu... Schade. Ich sehe dich. Vielleicht zu viel. Auch schade. Warum stößt du nicht ab? Mann, ey. Hehehe. Würdest du gern, ne? Ja, klar. Weißt du doch. Oh, das ist so gemein. Ha. Oh, was ist das denn für ein Schkack, ey. Der geht automatisch drauf. Oh nein. Ich hab mich so gefreut, das jetzt durchzumachen. Ich find's lustig. Ich find das jetzt nicht lustig. Hallo. Krones Nest. Dym, dym, dym. Tindus, du schaffst das. Uwe, 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 uwe. Boah, ich hätte daraus Bock, ein Spiegelei zu machen. Aua, aua an Ei, aua an Ei, aua an Ei. Weil ich mein, du hättest daraus ein Spiegelei. Ah fuck, was mach ich dafür scheiße? Spiegelei. Lass mich in Ruhe. Kannst auch das Ei drausspringen. Ja, kann ich. Oder so machen. Das stand noch nicht. Sag nichts als Maul. Hab ich eh was gesagt? Ich mach doch nichts. Alles ist gut, Centus. Solange du noch nicht gestorben bist. Wirklich. Du bist ein dummer Sack. Hallo, Bienchen. Okay. Ich bin sicher, dass ich das jetzt nicht schaffe. Ich hab's irgendwie im Gefühl. Ich schaff's doch nicht. Ich hoffe, dass du wieder abbrechst gleich. Jongleermeister. Ja. Ich muss mich mal ganz kurz muten. Mach ruhig. Wenn du niesen husten musst oder... Pizzeln. Pizzeln-Gizzeln. Ich glaub nicht, was du vor hast. Du musst mich nur räuspern. Ich hab vorher Schleim im Hals gehabt, aber richtig. Oh, mam mam. Lecker. Schon wieder nicht geschafft. Schleicht. Man bleibt da drauf kleben, okay. Ja, das hast du jetzt extra gemacht, ne? Ich würde eigentlich die Münze haben, aber irgendwie ist es ein bisschen blöd gelaufen. Tja. Schlecht, würd ich sagen, ne? Nein. Kann dir die... Nein. Du musst es alleine schaffen. Du hast kein Didi. Kein Didi-Didi-Didi. Das war gut. Vor allem rückwärst. Ich glaub, sie wollten mich jetzt verkackarschen. Jetzt verreck. Ja, kann jetzt passieren. Nein. Jetzt hat er Schiss, aber wirklich. Hau doch ab, Bienchens! Ich schrei doch nicht immer so, Affe. Ich bin kein Affe. Affen sind im Spiel. Affe. Blum, 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 hast du das gehört? Knospriger Affe am Stiel. Oh Mann. Oh Mann, ey. Heißer Ritt, ja. Kann die Affendaben wohl machen den heißen Ritt. Vielleicht will das nicht. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Dann schwinden wieder so langsam die Leben. Dam, dam, hä? Dann schwinden so langsam die Leben wieder. Ja. Wee. 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 Ich warte lieber, bis das Ding echt zu stehen kommt. Ja. Hehehe. Ja, du kannst es auch schrecken. Ja, will ich aber nicht. Aus Angst, ne? Ja, hab ich auch. Ist das denn so schlimm? Ne. Mhm. Weil, man hat die meisten Gegner mit Diddy. Weil der die Eier immer vor sich trägt. Ja. Ist der blöd. Jetzt bummst er nochmal dagegen. Mach deinen Eierschlag. Oh. Dummes Mistvieh. Ich weiß gar nicht, wie viele habe ich jetzt mit ihr geschafft habe. Alle. Ne, ich glaube nicht. Doch. Alle, glaube ich. Ich glaube, eins habe ich mit Diddy geschafft. Den Rest habe ich alles mit Dixie geschafft. Den Dixie habe ich früher immer gerne genommen, in den dritten Teil. Den Dicken mochte ich nicht. Ne, den mag ich auch nicht so, aber es ist auch ganz lustig, was er für Features manchmal hat. Also so. Ja. Äh, ausrastet oder so. Ja. Oder ihn einfach als Brolinkugel benutzen kann. Klar, und dann heult er. Wenn er da erstmal rumliegt. Dann später mit seinem Ströpfchen. Ja. Aber wird wieder nichts. Als Zwang, den den Teil gezockt hat, gestern, ich glaube, der wusste das noch nicht mal, dass er wieder hinrennen muss, um den mitzunehmen. Also, das hilft.